Wisst ihr, was ich gerade im Internet gelesen habe? Nein, was denn? Luise hat die Hochzeit mit dem Baron platzen lassen. Was? Angeblich ist sie direkt vom Standesamt mit jemand anderem durchgebrannt. Christian, wer wird das wohl gewesen sein? Hey, steht dir gut, der Kinderwagen? Ja, macht sich gut als Papa. Sag mal, wann ist es eigentlich bei euch soweit?